Die Zeit. Sie anhalten oder gar zurückdrehen. Wer kennt diesen Wunsch nicht? Um Zeit zu haben für neue Perspektiven. Für positive Veränderungen. Um dem Kreislauf der Natur mehr Beachtung zu schenken. Seit 125 Jahren entwickeln wir uns stetig weiter. Viele nennen uns Pioniere. Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Wort. Qualität keine Floskel. Dinge stetig zu verbessern ist unser Antrieb. Was wir tun, tun wir für heute und für morgen. Verantwortung zu leben heißt, die Zukunft zu beschützen. Es ist an uns, den branchenführenden Unternehmen dieser Zeit, heute einen Unterschied zu machen. Als zielstrebige Macher und ambitionierte Kämpfer haben wir die Stärke, den Willen und die Konsequenz, positive Veränderungen herbeizuführen und nicht nur Vorreiter, sondern auch Vorbild zu sein. Für alle, die sich wie wir dieser großen Aufgabe gleichermaßen verpflichtet, wie gewachsen fühlen. Für den perfekten Kreislauf von Produkten aus Kunststoff erarbeiten wir heute Lösungen und setzen damit den Maßstab für eine schützenswerte Zukunft. Dafür braucht es nicht nur ein Umdenken, sondern eine Einstellung. Es braucht die konsequente Investition in neue Ideen. Der Kreislauf der Natur ist hier unser Vorbild. Jetzt ist die Zeit für bewussteres Handeln, für Nachhaltigkeit, für neue Perspektiven, für die Welt von morgen. Körmerling Körmerling Today for tomorrow